Würdest du mit ihr zusammen sein? Niemals. Four vs. One. Ich bin hier mit. Miriam. Du kannst jetzt hingehen und dir deinen besten Jungen aussuchen. Geh zum ersten hin, wo du sagst, geht gar nicht. Okay. Oha, Sophie. Warum? Ich weiß nicht. Ist nicht so mein Typ. Einfach, ja. Bauchtasche ist nicht so. Bauchtasche geht gar nicht? Ist zu Talon-mäßig? Ja. Würdest du sie nehmen? Nee. Warum? Weil. Weil ich, ähm, keine Ahnung, mag ich nicht. Ja, aber gib mir einen Grund. Keine Ahnung. Ich mag ihr Style nicht so. Okay. Was ist das Schlimmste an ihrem Style? Die Schuhe. Was für Schuhe sind das? Ich hab keine Ahnung. Bench. Von Bench. Das ist Marke. Bench ist schlecht. Finde ich ziemlich schlecht aus. Was ist das zweitschlechteste? Keine Ahnung. Ich hab nix. Du bist? Paul. Paul ist rausgeflogen. Geh zum nächsten, wo du sagst, geht gar nicht. Warum? Er ist zu klein. Noch irgendwas anderes? Ähm, ja, seine Schuhe. Joa, kann ich bestätigen. Was? Kann ich bestätigen. Ist okay. Aber deine Schuhe, die sind eigentlich nicht schlecht. Schwarz-Weiß. Joa. Was gefällt, würdest du mit ihr zusammen sein? Niemals. Warum? Emo. Was? Findest du auch, dass du ein Emo bist? Nein, auf keinen Fall. Was sie mal, was sie mal, was sie mal, was sie mal. Ja? Ja, hat Max mal erzählt. Nein, weiß ich nicht. Also, ich finde nicht, dass sie Emo ist. Aber früher. Früher? Kindergarten. Okay. Geh zum nächsten, wo du sagst, geht gar nicht. Hm, Gott. Warum hat sie dich weggauen? Was denkst du? Sie kennt mich gar nicht. Ja, das ist ja nicht schlimm. Aber warum? Keine Ahnung. Er ist groß? Ja. Die größte? Nicht mein Typ, irgendwie. Nein, gar nicht. Was stört dich an ihm? Weiß einfach nicht. Sein Ding an sich ist nicht meins. Was ist das Schlimmste an seinem Outfit? Sein T-Shirt. Würdest du mit ihr, würdest du sie daten? Hätte ich keine Freundin, dann ja. Vielleicht. Warum machst du hier mit, wenn du Freundin hast? Keine Ahnung. Bruder, ich hab gedacht, ihr seid alles hingewerken. Ja, ist ja nicht schlimm, oder? Ja, ist okay. Wenn du keine Freundin, würdest du sie daten? Ja, schon. Schon. Ja. Was gefällt dir? Was gefällt dir an ihr? Sie ist kleiner als ich. Das ist gut. Das ist das Einzige? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Man kann sich schon mal so kennenlernen. Krieg ich eine Nummer? Jetzt nicht, nein. Hätte er eine Chance bei dir, vielleicht? Vielleicht. Irgendwann mal, vielleicht. Wenn man sich besser kennenlernt. Würdest du dich trauen, sie besser kennenzulernen? Ja. Vielleicht kriegst du Snap? Hast du Snap? Ja. Würde er Snap kriegen? Vielleicht ja, ich denke schon. Warum hast du ihn gelassen? Keine Ahnung, ich fand sein Outfit an sich cool und ich finde, die Brille steht ihm sehr gut. Oh. Würdest du sie mit ihr daten? Nein. Warum? Ich habe keine Lust, also ich will kein Mädchen im Moment. Du meinst, sie gefällt mir halt nicht. Was gefällt dir an ihrem Outfit nicht? Alles. Nenn eine Sache, was gar nicht geht. Schuhe. Schuhe, aber Schuhe kann man immer ändern. Du könntest ihr Mann sein und dir neue Schuhe kaufen. Hose. Okay. Der ist, glaube ich, der Beste für dich. Ja, glaube ich. Würdest du ihm noch eine Chance geben? Ich denke schon, ja. Willst du sie noch mal probieren? Ja. Sehr geil. Hol dein Handy raus.